Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Little Nightmares. In der letzten Folge sind wir ja hier gestartet, bei diesem Fettwanst, nenne ich ihn mal. Der ist auch so. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und gucken, wo noch andere fette Leute... Verdammt, 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 verdammt! Shit! Ich sollte mich beeilen! Nein, nein! Bitte keine Aufmerksamkeit auf die anderen richten. Oh, was für eine schöne Frau, meine Taumfrau. Muss ich einfach nur sagen. Schön, wie sie da noch so mit der Hand macht. Ähm... Oh, das war knapp. Nein, 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 nein. Wie macht die Frau, die hört sich an wie ein Mann. Ihr seht, ich bin Profi in diesem Spiel. Habe ich ja in der letzten Folge schon bewiesen. Ich hab's geschafft. Ich bin doch eine Maschine in diesem Spiel. Was haben die... Die sind am Windows so dick und klein. Das sieht so dumm aus. Äh... Oh, schon wieder so ein... Ding. Oh, guck mal, der geht ja rein. Ich folge mal. Ich hoffe, mir passiert was Geiles. Wir können die wirklich lang. Ich speichere mal lieber, oder? Hi! Oh! Gibt es mir Punkte? Oh, warte mal, ich werfe dich weg. Ähm... Ey, folgt der mir jetzt? Folgt der mir jetzt? Nee, oder? Noch so eine Klette habe ich mir an mir hängen. Die sind so am Fressen, nur. Die übertreiben auch. Messer und Gabel, würde ich mal sagen, oder? Shit. Weißt, wisst ihr was? Ich renne irgendwie über den Tisch. Ich renne einfach. Ich weiß nicht, wieso, aber ich renne einfach. Jo. Super. Wir müssen starten. Und dieser Stelle wieder mal. Ich renne wieder durch. Ähm, ist hier wieder der kleine Typ. Oh, gut, ich habe keine Zeit mehr für ihn. Das stimmt. Wartet mal ganz kurz. Ich habe hier gespeichert. Ich habe hier auch gespeichert. Wieso? Es brennt noch. Also, ich habe doch gespeichert, aber ich starte nicht von hier. Also, es macht sehr viel Sinn. Ich hätte es beinahe geschafft. Die eine Stelle ist sehr eng. Da muss ich... Ähm... gut sein. Ja. 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 Yes. Yes. Nochmal yes. Ja, läuft ja alles. Oh, nee. Ich will nicht die Frau sehen. Nein. Komm, es was. Ich kann sie nicht stärken, bevor du wieder Hunger kriegst. Wer will er nicht? Das... Ja, passiert dann, wenn ich es runterschmeiß. Geht es kaputt. Das weiß jeder. Ist ja klar. Boah, ey. Ich schme... Die fressen aber auch wirklich... Die fressen wirklich. Ähm... Jetzt muss ich natürlich überlegen, wo ich langen muss. Was? Nein! Der krieg... Ach so! Die wollten alle kommen. Die wollten alle kommen, oder? Shit! Ich musste einfach durchrennen. Och, nee. Nein! Ich schlag mich gut. Stimmt aber wirklich. Ich wurde... Doch, ich wurde zweimal erwischt. Zweimal, ja. Das war zweimal, glaube ich. So, wir gehen mal weiter. Nee, nee, nee. Hasi! Nee. Ich möchte nicht mit dir spielen. Und ich möchte auch nicht auf deinem Rücken rumklettern. Der Koch, oder? Wusste ich doch. Nee! Ist das gar nicht der Koch? Kommt der Koch noch? Versteckt mich lieber. Das ist sowas von ätzend. Kann mir jemand sagen, was ich machen muss? Ich geh vielleicht einfach mal hoch. Boah, ey. Das läuft gut heute, echt. Äh, in Klammern. Ich muss zugeben, es ist der gleiche Aufnahme-Tag. Zwei Minuten später. Oh. Ach nee, ich glaube, das bringt nichts. Dann würde ich es ja wieder zumachen, oder? Ich muss bestimmt irgendwas in diesem Zimmer machen. Oh, guck mal. Ich sehe mich im Spiegel. Hi. Die Toiletten sind sauber benutzt worden. und ich keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, komm, ich mach den Spiegel kaputt. Das wird so schön klären, da kommt der bestimmt, oder? Kommt der? Ich probier's nochmal. Ich will ihn unbedingt kaputt machen. Nein, dann bin ich was schwereres. Wenn das nicht geht, muss ja irgendwie funktionieren, oder? Ich glaube, ich muss hoch. Ich versuche wirklich mal einfach hoch zu gehen. Aber irgendwie ging's doch eben nicht. Ach, vielleicht muss ich das wieder machen. Ich seh nichts. Wieso hat mein Controller vibriert? Vielleicht muss ich den Koch herlocken. Ich muss vielleicht diese Figur zerstören. Wie komm ich da hin? Ehrlich gesagt, ich hab null Ahnung, was ich machen muss. Komm, fahr hoch. Oder hier rein, einfach. Ja, rein will er auch nicht. Ich probier's nochmal hier hoch zu gehen. Muss ja irgendwie funktionieren, da ist nämlich so ein so ein Ding. Wie bin ich eigentlich rausgekommen? Ich hab's schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Aber das muss doch gehen, oder? Mach's doch an. Das Bild ist halt auch diese Sicht. das Bild ist halt. es funktioniert wirklich nicht. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Da guckt den Spiegel an. Ich muss da was machen. Ich muss da wirklich irgendwas machen. Naja. Voll kontrolliert. Voll unter Kontrolle. Muss doch funktionieren. Komm, nochmal näher und fester. Es geht nicht. Aber ich höre was. Hä? Also, jetzt bin ich wirklich, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich machen muss. vielleicht können wir hier in so eine Tür rein, Vielleicht in die andere hier. Nee. Vielleicht hier hoch. Äh. Ich glaube, jeder hat abgeschaltet. Ich nehme mal so ein dickes Ding. Das muss doch funktionieren. Damit kann ich's bestimmt kaputt machen. Ey. Raus hier. Ah, ich hab ne Idee, was auch noch funktionieren könnte, was aber wahrscheinlich nicht funktioniert. Wir könnten ja mal diesen Hebel abwerfen. oder, oder das hier hochwerfen. Nee, nicht gegen euch. Ach, das bringt mich echt's. Ach, komm. So. Ähm, ich würd mal sagen, das war's mal mit einer kurzen Folge von Little Nightmares. Ich werd irgendwie versuche, das hinzukriegen. Dann werdet ihr in der nächsten Folge, oh, da rollte das grad, direkt mitkriegen, wie es geht. Ich werd dann irgendwie das rausfinden. Und, dann werd ich da weitermachen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne Daumen hoch da. Und dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.